Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Let's Play Ankündigung und zwar für den 8. Februar 2013 voraussichtlich, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob Dead Space 3 2013 am 8. Februar rauskommt und hier schwirrt gerade so eine scheiß kleine Muck rum. Hau ab! Okay, ist jetzt auch egal. Ja, Dead Space 3. Ich habe es mir vorbestellt auf Amazon für, wie viel war es jetzt? Für 69 Euro, glaube ich. Ja, genau, 69 Euro. Und mein Bruder hat sich dann gleich Aliens Colonial Marines, die Limited Edition, ne halt die Collectors Edition, genau. Da ist nämlich extrem viel dabei, die kostet 100 Euro. Und da werde ich wahrscheinlich ja auch dann Let's Play davon machen von Aliens Colonial Marines. Ja, gut, ich freue mich auf jeden Fall auf Dead Space 3. Also ich wollte euch jetzt bloß sagen, dass ich Dead Space 3 Let's Play 2013 im Februar höchstwahrscheinlich. Und ich habe im Trailer schon wieder gesehen, da ist dieses unsterbliche Viech von Dead Space 1 auch noch. Und ich habe gedacht, oh nee, komm bitte, ich werde da, ich werde sterben. Ich werde einfach nur sterben. Aber okay, Dead Space 3 wird bestimmt richtig geil. Ich freue mich richtig drauf und ich hoffe, ihr werdet mein Let's Play dann angucken. Ja, gut, das war eine kurze, eine kleine Let's Play Ankündigung für 2013, den 8. Februar. Voraussichtlich. Okay, also, das wollte ich jetzt halt gerade sagen. Muss ich noch was sagen? Nein, ich glaube nicht. Aber okay, das war es eigentlich. Ja gut, dann sehen wir uns demnächst wieder, wahrscheinlich in meinem 200 Video Special. Also bis dann. Ciao.